Soll man nicht da zu den jungen Mädchen in seinem Teil ein bisschen kutschen? Die sind aber arg, Jungs, die gehen da schämen. Hey, pass auf, ich kann das jetzt aufheben, weil ich filme. Der Stock ist runtergefallen, das ist schön. Kann ich mich nicht bewegen? Nein, los hier. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Hey! Hey, hey! Ich bin schön. Ich sitze. Ich sitze, genau. Ja, du machst es gut. Du hast es durchzwinged, ja. Genau. Du machst es nicht. Der steckt gleich die Zunge. So, so weit ist der. So weit ist der. Das hatte mich heute schon gefragt, du musst mir doch sagen, was du verlangst und so. Da war ich schon in der Credouille. Wenn ich sage, für 3 Stunden 25 Euro, dann bin ich hier bei 48 Euro. Also 8,50 Euro. Aber dann ist es 5 mal 20, 100, 110 Euro in der Woche mal 4. Ja, das ist aber 5,50 Euro. Dann hätte sie noch 300 bis in der Hessen. Aber dann bin ich noch 3 Stunden am Tag da. Und am Wochenende komme ich so in Zukunft. Dann müssen sie dann noch mal fürs Wochenende Geld ausgehen. Wenn sie wirklich Bett legen, die Kürtchen zu. Das denken sie ja oft nicht mal. Naja, das will sie ja auch hier ausmachen. Weil sie scheint sich dann nicht irgendwie zu schreien. Weiß alle. Ich glaube, sie will, dass ich dir sage, damit sie es ihrem Sohn sagt. Weißt du? Weil ich glaube, da muss ich ja auch hier hinlegen. Naja. 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 Ja, dann gehen wir runter. Oh, ich darf mich ja voll. Ich nehm es dann auf. Ich hab ja am Ende gefällt. Hehehehe. Ist der auch in YouTube? Welches? Man macht's doch mal reisen. Ja. Ja. Ich zeig dir nicht. Ist der dann auch drauf? Dann mach ich ja noch mal. Mit Glück. Das Licht ist nicht schön. Schau, das wird nicht so... ein bisschen dunkler wird. Ah! Oh! So ein kleiner Wehleiter. Hauptsache, er kommt nicht unter die Wehleiter. Das ist ein kleiner Wehleiter. Das ist ein kleiner Wehleiter. Oh! Aber das ist ein kleiner Wehleiter. Oh! 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 Geht die Fahrt!